Das waren jetzt gute 200. Das waren jetzt gute 200. Da haben wir schon mal nach 10. Alter, die werden schon ewig nicht so... ...und dann... 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 ...hör mal Jürgen, da ist ein Huhn auf dem Wasser, ne? Nicht, dass du da gleich durchfährst. Pfff... ...sehen die Hühner immer so scheiße aus... ...und dann schon mal eine... ...treffende Hände... ...ja... ...und dann gucke sie fort... ...ja, das ist auch ein Kilo Fleisch, ne? ...was da so rumschwimmt... ...das tut auch weh dem Dampfer hier... ...da hat er noch mal gezogen... ...das war schön... ...das war echt... ...ehr Gaswerk genommen, fand ich... ...das war jetzt mal ganz länger draufgegangen... ...das war eher... ...sehr von Gas gelaufen... Okay, jetzt wird er schneller... ...ja... ...NEIN! Verdammt die Scheiße! Luf wird es nicht! Ja... Brrrr! Nun war es ein Dicker, da fährt ja auch schon. Ja, ja, das stimmt. Was ich noch machen würde, die Wasserauslässe schräg nach hinten, dann bringt das auch noch ein bisschen. Weil das bremst unwahrscheinlich. Das war ganz schön zackig, Co. Ja. Der erste war echt zackig. Da war alles mögliche richtig zackig. Ja. Ja. Mappenbrach. Warte mal. Ist das so hässig? Ja. Ja. Da hat er die angesteckt, erstmal dicke drauf jetzt. Ich habe da so viel Klebeband draufgelegt. Ja, das ist auch nicht verkehrt, ja. Da dürfen noch Tipps abgegeben werden. Also ich schätze mal so 2,8. Ich sag jetzt nichts dazu, weil das was ich schätzen würde... Ne, du liegst eigentlich so immer ganz gut, aber... Ja, heute liege ich nicht. Ich habe das ja noch nicht so oft gesehen, sowas schnelles hier. Eigentlich das erste Mal heute. Ich auch. Aber ist alles... Kann mir auch gut. Ne, weißt du warum hier auch die Boote so schnell sind? Das liegt an der Suppe hier. Die wollen raus aus dem Wasser. Ja, ja. Genau. Und das liegt an dieser aggressiven Soße hier. Und wir sind ja erst am Anfang der Saison. Das müssen wir ja auch sehen. Was sehen wir jetzt 65er? Wieso? Ja, sowas verrät man gar nicht in so einem Video. Da spricht man nicht über den Lack. Da spricht man über den Lack. Oh, hier ist schön weiß hier. Ja, schön weiß. Nicht außer dem weißen Decker. Ja, ja, der weiße Decker ist schuld. Alter Vater! Ein KMH und ich hab ihn! Zeig mal her. Show mich! 223,6. Ich sag noch. Da muss erst der Karl-Heinz aus Holzmin kommen. Wir haben kein KMH. Super! Wo ist überhaupt mein Handy? Ah! Ja! Super! Du hast das auf seinem eigenen Gesicht. Ah! Kannst du ausmachen!